Im russischen Winter sitzen zwei im Zug, fahren stundenlang draussen nur Schnee und Bäume, Bäume und Schnee. Dreht sich der eine zum anderen rum und sagt, hey Jid, wie spät? Guckt er ihn an, halb hämisch, lacht ein bisschen und sagt, wenn sie mir schon durch die Hosentasche gucken können und sehen, dann sagt er Jid, dann können sie mir auch durch die Westentasche gucken und sehen, wie spät ist. Vielen Dank.